Hallo, wenn du deine Finanzen optimieren und mehr aus deinem Geld machen willst, und zwar so, dass dein Geld krisensicher und inflationsgeschützt Jahr für Jahr an Wertzuwachs gewinnt, also dein Vermögen kontinuierlich wächst und mehr wird, dann bist du auf diesem Kanal hier goldrichtig. Wie fit bist du beim Thema Finanzen, Vermögensaufbau, Vermögensschutz? In welchen Anlagen bist du bereits investiert? Hast du dich vielleicht auch schon gefragt, was passiert mit den Anlagen, die ich habe, wenn es weiterhin keinen Zins gibt, Negativzinsen zum Normalfall werden, Krisensituationen entstehen? Wir befinden uns ja derzeit auch in einer Krise. Wie gesagt, auf diesem Kanal geht es rund um das Thema Finanzen, von der sinnvollen, kurzfristigen Anlage bis hin zur innovativen und modernen Altersvorsorge. Kannst du mit dem, wie du heute dein Geld anlegst, deine Ziele erreichen? Vielleicht kennst du das ja. Du fragst dich, wo finde ich heutzutage noch Anlagen, die sicher, gewinnbringend, schnell verfügbar, also flexibel, transparent und kostengünstig sind. Wie gesagt, wenn das Themen sind, die dich brennend interessieren, dann bist du hier genau richtig. Vielleicht fragst du dich ja auch, wo stehe ich mit meinen Anlagen in 5, in 10 oder gar in 30 Jahren? Wie kann ich mich dabei vor Negativzinsen und Inflation schützen? Obwohl sich immer mehr Ersparer diese Fragen stellen, sind nach unabhängigen Studien immer noch über 60% der Ersparnisse in Deutschland falsch angelegt. Und 40% der Deutschen haben gar keine Ersparnisse. Außerdem haben 90% der Haushalte völlig unnütze oder überteuerte Versicherungen. Erschreckend, oder? Wusstest du das? Wie ist das bei dir? Ganz kurz, wer bin ich überhaupt? Mein Name ist Carsten Koblitz und ich bin seit nunmehr über 3 Jahrzehnten in der Finanzwirtschaft als selbstständiger und unabhängiger Berater tätig. Und vielleicht kennst du mich ja auch schon von meinen YouTube-Videos oder von Offline-Seminaren zum Thema Finanzen optimieren und Vermögen krisensicher und inflationsgeschützt aufbauen. Da das Thema Finanzen ein sehr persönliches Thema ist und ich bestimmt älter als die meisten der Zuschauer hier, habe ich mich dazu entschlossen, sie mit Du anzusprechen. Einem respektvollen und herzlichen Du. Ich hoffe, das ist okay für dich. Wenn du jetzt sagst, diese Themen gefallen mir und das ist etwas, was ich wissen will und vor allem, wo ich mich weiterbilden möchte oder du der Meinung bist, das hilft dir, deine Ziele zu erreichen bzw. sogar schneller und sicherer zu erreichen, dann abonniere jetzt diesen Kanal und klick dann unbedingt auf die Glocke, damit du zukünftig automatisch informiert wirst, wenn neue Tipps auf diesem Kanal erscheinen. Bei Fragen zu diesen Themen oder auch Meinungen, schreib es gern in die Kommentare oder nimm direkt mit mir Verbindung auf. Ich freue mich über dein Abo und das Glockenzeichen. Bitte nicht vergessen, dass du immer informiert wirst, wenn ich ein neues Video hochlade. Weiterhin viel Erfolg bei deinen Geldanlagen und bei allem, was du machst. Bye, bye und ciao, ciao. Bis zum nächsten Video. Dein Karsten Kublitz